Hallo, mein Name ist Andreas Kirschow. Ich bin seit über 20 Jahren Experte für die Planung und Nutzanwendung von Controlling-Software. Ich helfe mit dem Einsatz solcher Software dabei, den Zeitaufwand für die Vertriebsplanung, um ein Vielfaches zu verringern und gleichzeitig im Vertriebscontrolling enorme Einsparungen an Zeit, Geld und Ressourcen zu erzielen. Wer verkauft was, an wen, wann, zu welchen Mengen, Preisen, Rabatten oder Margen? Täglich muss der Vertrieb diese zentralen Fragen beantworten. Diese Fragen müssen aus unterschiedlichen Perspektiven aber jeden Tag wieder neu beantwortet werden. Und je mehr Produkte, Regionen, Kunden etc. einbezogen werden müssen, umso schneller wächst natürlich auch das Datenvolumen und die Komplexität im Vertriebsprozess. Im Vertrieb müssen daher sehr viele komplexe Verkaufsdimensionen im Planungsprozess berücksichtigt werden. Die Software CP Sales reduziert diese hohe Komplexität, schafft Transparenz und erhöht somit das Verständnis für die inneren Zusammenhänge zwischen den Vertriebsdimensionen. Die meisten klassischen BI-Anwendungen bieten dem User lediglich Funktionen zur Analyse. CP Sales integriert aber gleichzeitig Funktionen für Planung, Simulation und Dashboards. Damit geht CP Sales einen völlig neuen Weg im Umgang mit multidimensionalen Vertriebsdatenmodellen als seinen Mitbewerber. Wie Sie mit CP Sales die Produktivität in der multidimensionalen Vertriebsplanung und im gesamten Vertriebscontrolling innerhalb von nur zwei Stunden verdoppeln können, erkläre ich Ihnen in diesem Webinar. Neugierig geworden? Dann melden Sie sich doch jetzt sofort zum kostenfreien Webinar CP Sales an. Was haben Sie schon zu verlieren? Bis bald im Webinar. Ihr Andreas Kirschow